und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu human fall flat wieder so und handy jetzt komm spring mal gucken einfach nur spring mit leertaste spring sehr schön und weiter spring und spring das ist ein bisschen selbstständigkeit also ich meine hallo ich bin jung ich bin zwar erfahren allen belangen und so was zeigen aber manchmal musst du auch schon mal selbst machen was nicht dein ernst nicht dein ok spring was ich getan du bist nicht schon als ich gesagt habe und komm mal wie beschafft sie es ja du hast noch nicht geschafft ja Hi, 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 hi. Jaaaaaaaa, hiiii! Was? Ah, mich runterwerfen, bitte. Nicht, nein! Ich bin hängen. Lass mich los! Warte mal, bleib genauso, bleib genauso, warte. Nein. Hallo, stopp. Stopp. Okay, oder so, ja, ist auch gut, warte. Gebeck! Gebeck! Kurz, das ist mein Arsch im Gesicht. Nee, schuldig nicht. Okay, komm. Lass, komm. Ja, nice. Also, wenn du es einfacher willst, gehst du den linken Weg hiervon wieder. Ich glaube dafür, dass der einfacher ist. Okay, 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 okay das spiel ist an sich schon sehr schwer und man muss ja sagen an die spielzeit auch mit tastatur maus noch schwerer ich fühle es mit gamepad ich habe es auch früher schon mal also ich glaube eine stunde oder so oder antag schon so ich war gespielt also früher damit es ausgaben deswegen weiß ich auch noch wie das geht damit damals auch schon und so das hat mein vorteil dabei aber für die liebe anny ist es neuland ist auch nicht so schlimm ich habe die zuschauer verstanden ich habe meine kommentare also hier oben wurde jetzt gesaved ja du läufst du wieder schon wieder so weit vor nein doch ich bin nur zwei berge zwei hügel höher ja muss doch nur nicht an zu feuern dann hier nie hanni 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 in der ola Du sollst nicht weiter. Mach ich nicht! Nein, überhaupt nicht. Honey? Kommst du hier hoch? Honey, 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 Honey. Oh. Honey? Was ist denn jetzt? Warum? Ähm, würdest du nicht hier hochkommen? Doch! Okay, weil du durchläufst. Ich wollte bloß gucken, was da ist. Achso. Oh. Weil da oben ist was, was ich jetzt zeigen muss. Und den Zuschauern. Ja, hast du doch schon gesehen, ne? Nein, hab ich nicht. Nein, warum musst du mir das denn nicht zeigen? Weil ich glaube, dass was cooles ist. Hab ich so mal irgendwann mal gehört. Uff, nein, nein, stopp, stopp. Bleib mal hängen, bleib hängen, bleib hängen, bleib hängen, bleib hängen. Ja, ja, weg. Wann? 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 Oh. Oh. Wow. Ähm. 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 Danke für's, was wird mir gemacht. Hahahaha. Oh what you do to me? Oh, what you do to me? Oh, what you do to me? Was hast du vor? Lass doch mal los! Was hast du vor? Ich würde das machen wie vorhin. Danke. Bitte. Nein! Wow. An, Maus, geh runter. Finger weg! Ich muss das... Finger weg! Ich will dir helfen nur. Ich muss das alleine können. Plutsch, plutsch! Hau zu dem Kopf gegen die Wand! Passiert! Nein! Nein! Geh mir schnell, plötzlich. Oh, da ist ein Haus! Ja. Ich hab was in der Hand. Was Großes, was Langes. So, glaub ich, nicht sehen. Hm? Das willst du sehen. Äh! Geh weg! Ich helf dir! Nein! Was ist denn der Stolz einer Frau? Ach, girl, lass dir helfen! Wir sehen Kopfschüttel die ganze Zeit vor allem. Hahaha! G clothing! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! 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 Ah! Ah! Soll ich doch helfen? Jucki! Komm ja so weit, bis dahin! Anton nicht weiter! Ja, warte! Nein, nicht runter schweißen! Danke! Na? Was ist hier? Also eigentlich ist hier nix, eigentlich musst du hier eigentlich hin, aber... ...eines, was ich dir zeigen muss. Wie? Eigentlich müssen wir nicht hin. Eigentlich müssen wir da hinten drüber, nicht hier hin. Ich will wissen... Da gibt's nichts mehr hin, aber willst du mal... Was mache ich hier gerade? Aber jetzt guck mal! Theoretischerweise könntest du da auch so rüber kommen, oder was? Ja. Ich will nicht nur türen stellen, ich mach das jetzt auch, aber... Was ist denn hin? Nein! Okay, ich mach's doch nicht. Ich will auch. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das Seil kriegen soll. Geht's jetzt noch hin? Muss mal gucken, ob das irgendwie... Ja, wenn's da oben am Land ist halt, ne? Also, in der Nähe vom Baum. Also, in der Nähe vom Baum. Also, in der Nähe vom Baum. Schaffe ich das überhaupt? Ja, oder? Nein, natürlich nicht. Kommt nicht mehr in der Nähe vom Baum. Ja, ich bin gleich da, kann ich mal gucken. Ne, stimmt. Oh. Kann man auf den Baum noch klettern vielleicht? Naja, hab ich immer schon versucht. Kann ich auf den Baum noch klettern? Maybe. Ich hab aber ne andere Idee. Versuch's jetzt einfach. Ist mir egal. Dranspringen, meinst du? Ja. Ja. Ne. Also, ich hab's nicht geschafft. Aber das heißt, noch lange nichts. Also, ich muss jetzt eh wieder ganz rüberziehen. Okay. Alles gut. Oh. Muss doch auch springen, wenn ich da... Okay, ich wollte jetzt einfach nur mal kurz das Seil... Ich fand das Seil cool. Was machst du da? Ist das gewollt? Nee. Warte, 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 lass dich hängen. Warte. Dankeschön. Bitteschön. Aber wir müssen jetzt... Also, wir... Das Seil lassen wir jetzt einfach, oder? Würdest du das Seil nochmal? Ja. Nee. Dann müssen wir hier hoch. Oder hier rüber. Oh, zwei knapp. Wo bist du? Hier hinten. Bist du... Bist du... Okay. Achter! Bin ich runtergefallen, nein. Okay, ich dachte gleich, das ist mir runtergefallen. Hi. Nimm die Arme hoch, weil sonst... Das reicht nicht. Wenn du nur springst, reicht das ganz knapp nicht. Also, bei mir gerade wiegt das auf jeden Fall so. Hi. Hajo. Ich hab meinen Arm verrenkt. Was? Öh. Jetzt... Ähm. Ars'n? Ich hab den Fugzeug abstützt. Hubschrauber. Hättest du dir so... Gehört oder nicht? Ja. Hör ich immer noch. Oh, wow. Ja, einer muss dann rüberspringen, ne? Springst du rüber? Dann mach ich runter für dich. Dann kannst du da rüberspringen. Uff. Wir springen. Ne. Nicht zur Dampfe. Bist du drüben? Ja. Kann ich dir hier helfen? Kann ich dir hier festhalten? Vielleicht. Soll ich das denn schaffen? Ja, du musst halt früh genug... Also, du musst halt... Du musst halt... Du musst halt... Ja, das funktioniert bei mir so oder so nicht. Dann musst du halt... Am Ende musst du einfach nur springen. Und ich versuch dich zu halten. Ich fang dich! Vielleicht... Danke. Bitteschön. Wenn nicht auf andere Seite hoch müssen? Das kann sein, ja. So, warte mal! Oh. Kommst du hoch? Warte mal. Ne. Was machst du denn, wenn du da oben bist? Weil der Wagen fährt dann nicht mehr weg. Das war eigentlich nicht so schlau von uns, ne? Naja. Also hier kannst du eigentlich... Ohne Arme hochspringen eigentlich. Also eigentlich brauchst du gar keine Arme für. Also du sollst springen, ne? Also ohne Arme, ja. Sollst springen, solltest du schon. Das wäre schon klar. Also du bist ja nur gelaufen gerade. Nein, ich bin gesprungen. Das sah nicht so aus. Wow. Hä? Mich auch ein bisschen verwirrt. Achso jetzt komm wieder rüber, ne? Hast du es geschafft? Ja. Of course. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab mich an deinen Held festgehalten. Ja. Bevor ich den Helm auf hatte. Du hast mir meine Haare rausgerissen. Speichern. Oh, ist hier gespeichert. Mann. Fack, ich kann das nicht. Ich bin zu dumm dafür. Okay, warte, spring wieder zurück und dann helfe ich dir wieder hoch. Nein. Das ist doch kacke. Alles gut. Oh. Oh, verknapp. Hey. Ich helfe dir. Alles gut. Wir haben die Videos schon ein bisschen satis. Wir spielen zusammen. Nicht euch alleine. Und nicht du alleine. Oh. Und nicht du alleine. Das war jetzt nicht so schlau. Hä? Nicht? Nein. Was wir auch machen können. Mach mal kurz. Ich kann da unten stehen bleiben. Und dann kannst du da. Nein. Wenn ich das schwerer mache. Dann hast du ein bisschen mehr Zeit darüber zu springen. Dann brauchst du dich nicht so beeilen. Du musst aber kurz einfach hier hinkommen. Du musst einfach hier unten sein. Bin ich so fett? Nein. Aber. Ich finde das zu leicht. Wow. Chucky. Chucky. Ach. Bin dafür zu dumm. Wie die Spielmechanik. Ah. Ach. 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 Wollte mal ein bisschen am Arsch krabbeln. Das ist doch ein schlechter Scherz. Okay. Ich geh wieder rüber. Ich zieh dich dann hoch. Dumm für den Scherz. Hallo. Lass mich doch mal hoch. Ich hab gesagt, ich zieh dich wieder hoch. Hab ich doch gesagt. Ich wollte erst hier unten rauf. So jetzt hier. Das ist schon tief. So jetzt kannst du dich irgendwie auch bei mir festhalten. Mit dir am Kopf vielleicht von mir aus. Mir egal wo. Wow. Ja gleich. Ich find das Spiel cool. Das Spiel will mich mobben. Das will misst mich. Macht dir auch Spaß. Wow. Es macht Spaß mich zu mobben? Nein. Nicht zu mobben. Nicht zu necken du Vogel. Nicht gleich wieder hoch gehen. Direkt schon. Nicht zu necken. Nicht zu necken. Nicht zu necken. Necken. Was? Oh. Honey. Nice. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Ich will dir helfen. Ich will auch mal helfen. Okay. Honey bitte helf mich. Ich schaff das nicht alleine. Bitte bitte fang mich auf. Bitte bitte bitte. Dafür bin ich da. Bitte fang mich Honey. Bitte fang mich. Ja bitte fang mich. Danke schön. Wegen dir hab ich's geschafft. Danke dir Honey. Oh. Oh. Das ist die Ironie. Nein das ist ernst gemeint. Wir haben die Durchsagen. Wir haben das jetzt nicht geschafft. Jaja. Komm. Ne. Tue ich nicht. Beides nicht. Hm. Ja. Ja. Er feiert so. Na. Komm her. Komm. Meine Arme. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht wenn ich hoch gucke wo ich inspringen muss. Warte mal. Guck mal. Bisschen. Bisschen Training. Super Shaki. Jetzt. Bisschen. Beides so pro. Wenn du da jetzt fast oben bist. Dann warte kurz. Ich hange. Ich bin da nicht mal ansatzweise fast oben. Die Hälfte ist das. Oh ja. Da komm ich nicht dran. Da komm ich nicht dran. Damen und Herren. Ne. Nein. Langsam abseilen. Langsam, auf sein ist am besten. Gut, die Frage ist jetzt, wo würdest du das nochmal versuchen? Ich bin dafür zu dumm. Hanni, 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 komm mal mit, komm mal mit. Was ist das denn? Boah, Alter, Aua, Alter, er fuhr auf den Baum auf, Alter, Bomben. Okay. Warte mal, warte mal, stopp mal, stopp. Vor allem so depressiv, wie sie unterrennen, mit dem Kopf nach unten gebeugt und so. Warte mal. Boah, Alter, ich wollte mich festhalten, aber das ging nicht. Oh. Oh. Okay. Wir haben es jetzt auf legalem Weg wie beide hier hoch geschafft. Deswegen sage ich mich mal Danke fürs Einschalten. ITH可能 bei Human Fall Flat mit der lieben Hanni, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ah!